Ein bisschen den Faden verliert, aber das ist total normal. Gamer, WG und Rare Games Podcast sollte man auf jeden Fall mal anhören, das ist echt eine Empfehlung. Hört mal da rein und dann merkt ihr eigentlich auch, was das eigentlich, wie das so ist, so dass man auch als Podcaster so oder so immer den Faden verliert und trotzdem nur interessant sein kann. Ja. Das war jetzt so meine... Meine Antwort auf Money. Das war's. Gut. Und ich würde jetzt zum Ende kommen, denn ich habe langsam Hunger. Unten sind fertige Brötchen, die sind warm. Oh, lecker. Wahrscheinlich auch schon wieder kalt. Brötche. Weil, wie soll ich das so lange labern? Neben mir steht der Rechner, der nicht funktioniert, aber das ist eine andere Sache. Da hab ich noch gesagt, dass er sein Gehäuse aufmacht. Hab ich auch gern seit zwei Wochen. Da hab ich das Gehäuse offen. Jetzt ist leider mein Rechner ein bisschen unterkühlt. Aber gut. Ja, gut, okay. Ich schau mal nach, ich schieße ihn gleich mal an, mal gucken, ob er gleich wieder rausgeht. In diesem Sinne. Jetzt schönen Abend und wir hören uns bei der nächsten Podcast-Ausgabe wieder. Nächstes Jahr am 2. Januar. Wie gewohnt, immer und überall. Genau. Bis dann. Bis dann. Und, äh, ja, wie heißt es nochmal? Guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Fallt nicht hin, es liegt Eis draußen, ne? Nicht, dass ihr euch auf die Fresse kackt. Aber so habt ihr dann auch einen guten Rutsch ins neue Jahr gemacht. Genau. Also, äh, bis dann und, äh, ja, auf frohes Neues und, äh, ja, bis dann. Tschüss. Genau. Ciao, ciao, tschüss, auf Wiedersehen, tschö. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen, tschüss. Ciao, tschüss, auf Wiedersehen.